seine gedanken und gefühle einmal für dich und einmal für sie die dritte person die vermeintliche schlange für einige von euch wir gucken heute mal rein ich vergleiche heute die energien was sagt er über dich was sagt er über seine vielleicht jetzige partnerin was sagt er über seine ex partnerin über seine mutter je nachdem worauf du halt schaust und da gucken wir uns auch die tendenzen an ja die kompatibilität was sagt er dazu und welche kraft euch verbindet das wird heute eine sehr spannende legung und ich freue mich dass du dabei bist dann soll es wahrscheinlich so sein in diesem sinne hello sunshine und willkommen ach herrje da zeigen sich schon die liebenden ja ganz starke anziehungskraft übrigens auch die karte für die twin flame verbindung und da ist es sogar ganz häufig der fall dass die beiden twin flames vergeben sind ja also wir schauen heute rein du liegst heute immer links und die dritte person da darfst du dir jetzt überlegen wer sie sein soll liegt rechts und er ist quasi der herr in der mitte und wir starten rein mit einer grund energie wenn er eine grund energie äußern müsste in bezug auf dich welche wäre das liebes tarot eine grund energie schaut bitte ob ihr in resonanz geht ist immer ganz wichtig es ist genau eine karte gefallen und dazu noch die herrscherin die fällt auf dich seine gedanken über dich also so die grund energie du bist eine klasse frau du bist top tier die herrscherin ist auch die traumfrau im tarot du bist vieles in einer person quasi homie lover und friend kommt mir rein das bedeutet geliebte beste freundin aber auch so die kumpeline ja du bist vielseitig sagt dieser mensch und du bist sehr fruchtbar du hast schöne ideen du bist humorvoll aus dir entspringt einiges du hast nur wunderschöne feminine energie sagt er okay grund energie auf sie die herrscherin ist natürlich wirklich eine wucht und herrscherin soll ich noch sagen vergisst du nicht von heute auf morgen ja die hinterlässt spuren also du hast hier wirklich einen riesen platz riesen fuß am druck auf seinem herzen und was sagt er zu der anderen person vielleicht seine ehefrau seine freundin das schaust du aber auch auf eine mutter eine dritte person was sagt er zu dieser dritten auch genau eine karte gefallen oh hier ist ein zwiespalt zu sehen zwei der schwerter ich habe das gefühl dieser mann auf dem wir heute schauen könnte sich auch mal gegen diese person entschieden haben die beiden hier die könnten in einer on off energie sein weil sind sie zusammen dann waren sie getrennt jetzt sind sie doch wieder zusammen oder aber die streiten sich häufig dann ist wieder alles okay dann streiten sie sich wieder also man ist hier in so einer energie die ist so hin und her gerissen in so einer soll ich bleiben oder soll ich gehen energie okay das ist die grund energie unser auftakt also für eine der beiden hier hat er auf jeden fall gefühle ich bin gespannt wer das ist abonniert auch gerne meinen kanal im team sunshine das sind wir tolle truppe und lasst bitte unbedingt einen kommentar da ja vielleicht in diesem falle ich weiß gar nicht gibt es hier so ein amos pfeil emoji wenn ja dann macht den doch gerne mal unten in die kommentare was mag er an dir was mag dieser mensch an dein temperament du musst wirklich eine power frau sein also diese beiden karten in kombination das ist so die damat feuer unterm hintern ja vielleicht bist du südländerin du hast temperament kommt mir rein oder einfach lebensenergie du bist für abenteuer zu haben und du bist super sexy ja fernab von der situation in der gerade steckt dieser mann sagt du bist sexy du bist feuer element ja königin der stäbe und die herrscherin du könntest ein haustier haben vielleicht sogar eine katze kommt mir rein die du auch über alles liebst du bist eine sehr starke frau und du setzt sich auch für deine mitmenschen ein also wenn du jemanden liebst dann liebst du richtig sagt er du bist auch generell im leben im job alles was du tust sehr tatkräftig ja also du ja du hast feuer unterm hintern sagt er wow bist eine macherin was sagt er zu ihr was mag er an ihr du hast vielleicht auch manchmal hier so ein spruch du hast du hast du trägst dein herz so auf der zunge du bist vielleicht auch manchmal sehr mutig sehr flirt bereit du bist vielleicht auch bei den intimitäten kommt mir rein sehr selbstbewusst ja also das ist so eine frau die lässt sich nicht die brot die butter vom brot nehmen du machst selbst mich gerade nervös dieser mann sagt wenn die vor mir steht dann schlottern vielleicht sogar ein bisschen die beine du machst ihn nervös was sagt er zu ihr was mag er an ihr rat des schicksals sie war für ihn da in einer schweren zeit vier der schwerter das ist so eine krankheitsphase oder aber so eine phase in der man sich einfach nicht gut fühlt im leben ja wo man sich so zurückzieht wo man kaum leute trifft wo es einem schlecht geht die vier der schwerter das ist einfach eine belastende zeit und mit dem rat des schicksals war sie da sie hat diese zeit irgendwie besser gemacht oder ihm geholfen sie war beistand oder ein rat für ihn ja sie war da als er sie gebraucht hat und ich habe das gefühl deswegen hängt er auch an dieser person ja die beiden könnten schon schwere zeiten durchgemacht haben und bei dir geht es hier wirklich eher um das gefühl ja also bei dir sind die emotionen und die gefühle und bei ihr ist es eher so ein ja aber wir haben ja jetzt schon so diese jahre zusammen erlebt das kann man ja nicht wegwerfen kommt mir jetzt schon durch okay dann was stört ihn da schauen wir jetzt rein was stört ihn denn an dir jetzt schauen wir mal ihr wisst ich bin immer ehrlich wenn er sagt das sind so infos weiß nicht ob ich die hören möchte dann vielleicht jetzt das video ausmachen aber auch in meinen privaten legungen nehme ich kein blatt vor den mund ja also wenn ihr meine private legung bei mir bucht ich sage euch das was phase ist ja also was stört ihn was mag er nicht an dir was stört ihn vielleicht auch im bezug er auf dich was stört ihn sehr spannende frage wir haben drei energien wir gucken mal wir sind gespannt als der stäbe vier der münzen und der gehängte was ich hier sehe ist dass ihn stört dass man hier ist ein ganz starker gedanke aneinander aber eine komplette unbeweglichkeit es stört ihn dass du nicht erreichbar bist dass du vielleicht auch nicht von deiner position abweist es könnte ein bestimmtes thema sein oder du generell wo man so drauf beharrt etwas was sich hier nicht verändern lässt ich habe das gefühl hier ist ganz 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 viel feurige energie die aber nicht gelebt werden kann das stört ihn ihn stört dass das die situation sich nicht verändern lässt sagt er hier tut sich im grunde gar nichts der gehängte also es würde mich nicht wundern wenn ihr gar keinen kontakt habt wenn ihr schon länger nicht gesprochen habt wenn ihr gerade einfach nicht miteinander sein könnt vielleicht trennen euch kilometer oder umstände vielleicht habt ihr auch gerade so eine no contact situation ihn stört auch herr jemini mir kommt was rein du denkst an ihn das kommt bei ihm an aber du meldest dich nicht du weißt nicht von deinem standpunkt ab du hast zum beispiel zu ihm gesagt ich melde mich nicht mehr bei dir und hast es seitdem wirklich nicht getan hier ist nämlich eine ganz starke blockade zu sehen trotz heftig intensiven gedanken aber man tut nichts es würde mich nicht wundern wenn du dich diesmal höre ich nicht entschuldigt hast wenn du diesmal nicht die erste bist die sich bewegt das stört ihn er kennt das vielleicht nur als beispiel für einige so dass du ihm hinterher rennst und diesmal hast du es nicht gemacht er sagt das stört mich warum meldet die sich nicht warum weicht die nicht von ihrer von ihrer position ab warum bleibt die so dabei weil es ja auch was anderes ist eine allgemeine legung auf youtube da müsst ihr immer schauen wie die energie für euch passt privat unter vier augen ist das was anderes bei mir aber hier ist etwas zu sehen wo du sagst nö einfach so nö nö mach ich nicht tue ich nicht will ich nicht hier der einsiedler ich habe das gefühl du bist stark bei dir okay was stört ihn an ihr was stört ihn denn an ihr vielleicht ist er ja gerade bei ihr auch jetzt fällt jedoch so ein dicker stapel es ist für mich schon mal so ein hinweis hier gibt es einige punkte ja da sagt man gut stört mich ich krieg schon rein auch hier geht es ganz stark um die zukunft hier geht es hier geht es ganz stark um die zukunft bei ihr ihn stört dass sie sie kann gewisse dinge nicht erfüllen sie kann gewisse dinge nicht erbringen das sind so themen über die spricht man spricht man spricht man aber es wird sich nicht es ändert sich nichts ja ich habe hier einen neuen zyklus es geht hier um etwas wie man sich die welt vorstellt ich habe das gefühl die beiden haben unterschiedliche ansichten und hier gibt es immer wieder so berührungspunkte wo sie sich streiten mit den sieben der stäben das ist so ein rückzug um sich selbst zu schützen ein rückzug um sich selbst gerecht zu werden und das ist ganz schwer zu transportieren was ich hier rein bekomme zum beispiel wünscht sich einer von beiden kinder der andere nicht der eine will reisen der andere nicht der eine möchte mehr sex der andere nicht ja also hier gibt es so diskrepanzen wo er sagt das regt mich auf da distanziere ich mich und es kann sein dass er deswegen schon öfter diese beziehung verlassen hat ob es jetzt für den abend über war dass der so bam die tür knallt und raus geht oder aber vielleicht sogar dass die schluss gemacht haben deswegen hier ist die zukunft zu sehen zwei und drei der stäbe das ist sogar eine abfolge mir kommt auch rein dass er wegen ihr gewisse dinge entschieden hat die er so gar nicht wollte die zweite stäbe das ist die zukunft man muss sich entscheiden ja und dann tut man es auch man hat dinge getan die wollte man gar nicht tun und da ist wieder der konflikt vom anfang ja irgendwie will ich gar nicht bei ihr sein aber ich bleibe wegen ihr treffe ich entscheidungen die ich eigentlich gar nicht treffen will ich lebe ein leben wegen ihr was ich gar nicht leben will okay nehmen wir so an kompatibilität da sind wir doch beim thema nein stopp wir schauen jetzt erst nochmal jetzt wird sehr sehr spannend verborgene geständnisse was denkt er über dich vielleicht sogar eher eine botschaft an beziehungsweise über dich ich hätte gerne eine botschaft nur in bezug auf dich erzähl uns etwas über die person die jetzt gerade zuschaut was möchtest du sagen über die person die zuschaut er will dich wissen lassen dass sich in seinem leben gerade alles ändert du sollst das wissen warum das für dich wichtig ist das wirst du auch wissen er macht gerade veränderungen durch ja beziehungen verändern sich Situationen verändern sich vielleicht auch wohnsituation arbeitssituation es verändert sich gerade etwas vielleicht war das hier sogar notwendig vielleicht war das eine bedingung von dir ja du sollst wissen in seinem leben findet gerade ein wandel statt vielleicht auch ein wandel der gedanken der gefühle dass er erkennt okay warum bin ich da so im zwiespalt was diese person angeht was möchte er über diese person sagen sag uns deine gedanken über diese person das war sehr energisch ich denke darüber nach mich bei dir zu melden sprich dafür dass die beiden vielleicht gerade in so einer streitsituation sind vielleicht ist er nicht aktiv bei ihr sondern sitzt zuhause allein in seinem wohnzimmer und denkt darüber nach sich bei dieser person zu melden Trennung wir sollten für eine weile getrennte wege gehen sodass wir wachsen und heilen können und ich sage euch jetzt wie ich hier sitze das ist nicht das erste mal dass die beiden getrennte wege gehen dieser mensch lebt ein doppel leben mit ihr er lebt quasi ich frage ihn gleich mal warum er überhaupt bei dieser person ist das interessiert mich denn er ist nicht emotional wirklich mit ihr verknüpft hier ist eine sehr starke Abwehrreaktion ihr gegenüber hier der Zaun der die beiden trennt diese Glaskugel der die beiden trennt ich habe das Gefühl die wohnen auch nicht zusammen oder aber die durchleben gerade eine Scheidung eine Trennung eine räumliche Trennung und das ist nicht das erste mal und deswegen ist hier dieser Konflikt zu sehen dann ist er bei ihr dann geht er wieder dann denkt er wir können das schaffen dann hat er wieder keinen Bock auf sie hier ist dieses hin und her mal hü mal hot und jetzt gerade sind die beiden in so einer Trennungsenergie sie sind höchstwahrscheinlich nicht beieinander vielleicht sogar wirklich getrennt und er denkt nur darüber nach sich bei ihr zu melden das ist die Energie deswegen sagt er dir auch alles in seinem Leben ändert sich gerade ist das ein Ding mein Lieben wenn ihr in Resonanz geht von Herzen abonniert den Kanal ist kostenlos einfach nur ein Klick aber wir schauen jeden Tag rein und dann ist diese Energie morgen oder übermorgen nächste Woche vielleicht auch für dich in seinem Leben ändert sich gerade alles weil er mit ihr diesen Hin und Her Konflikt hat ich könnte schwören das kommt mir rein der will gar nicht bei ihr sein jetzt frage ich das Tarot warum warum bist du denn bei ihr die Arbeit zeigt sich sein Ruf die Gesellschaft das Bild wie man ihn wahrnimmt das kommt mir rein also es sie ist vielleicht so eine sehr weltliche Ehefrau vielleicht arbeitet er auch wirklich mit ihr zusammen die haben eine Firma zusammen und er sagt wenn ich mich trenne von der dann kostet mich das richtig richtig Kohle oder diese ganzen Sachen dann auseinander die Verträge und so weiter hier ist ein ganz definitiver Grund warum dieser Mann bei dieser Person ist vielleicht ist es auch ein Familienunternehmen wenn du hier auf die Mutter schaust hier ist eine Verpflichtung mit den Achtermünzen dieser Mann hat etwas zu leisten Entschuldigung etwas zu leisten in Bezug auf sie ja Arbeit Mühe vielleicht auch für die Kinder man ist hier so am aber hier ist so eine so eine wie sagt man hier ist so eine Frist dass man etwas abliefern muss diese beiden sind irgendwie verbunden vielleicht sogar durch Papiere durch Verträge kommt mir rein ja und hier kann es um ein Unternehmen gehen finanzielle weltliche Gründe definitiv ok welche Tendenzen sieht er denn mit dir er hat ja angekündigt ok bei mir wandelt sich gerade vieles welche Tendenzen sieht er in Bezug auf dich wow wie schön die Karten heute fallen wirklich wunderbar oh die 10 der Kälte oh das ist das Liebesglück das ist das Miteinander das ist die Endstation im Tarot man hat den man ist der Topf man hat seinen Deckel gefunden und mit dem Topf und Deckel der ist ja dann komplett da kann man sich auch Kinder vorstellen ja man ist glücklich und zufrieden man sitzt zusammen im Garten und schaut den Bäumen beim Wachsen zu ja oder man geht zusammen auf Reisen man erlebt schöne Dinge zusammen man will beieinander sein das ist deine Tendenz die er hat in Bezug auf dich aber davon zeigt er aktuell gar nichts er hat noch vor zu schweigen soll ich dir sagen du hast es ja auch wirklich mit einer harten Schale zu tun mit einem Herren der einen dicken Panzer trägt das will schon mal gesagt sein und dazu noch mit einem Luftelement mein Lieben ich weiß wovon ich spreche ich bin selber eins Zwilling Waage Wassermann könnte sein dass er das Sternzeichen oder den Aszendenten hat wenn nicht könnte er auch einfach die Energie dieser Sternzeichen als Person haben und ja ist kein einfaches Sternzeichen kein einfaches Element sehr kopflastig und dennoch ja vogelfrei wie der Wind wie ein Blatt im Wind komme ich heute nicht komme ich morgen ich habe gerade umgestellt am nächsten Tag schiebe ich das Bett dann doch wieder woanders hin also Abwechslung dieser Mann hat vor zu schweigen zeigt dir höchstwahrscheinlich gerade die kalte Schulter wird sich höchstwahrscheinlich gerade nicht bei dir melden das ist auch die Tendenz quasi erzählt er dir noch gar nicht von seinem Plan ja was mir reinkommt ist er weiß schon dass er das mit dir haben möchte ihn zieht es dorthin deswegen auch die Info Info für dich wir sind gerade nicht ja so in der Position wo wir sein wollen aber bei mir wandelt sich gerade schon einiges ich bin dran ja ich bin hier in einer schwierigen Situation aber generell bin ich schon sehr distanziert dieser Person gegenüber ich will dich jetzt aber noch nicht verrückt machen ich will den Tag nicht vor dem Abend loben ich will dass erst alles in trockenen Tüchern ist und dann werde ich dir davon erzählen dann lasse ich meine Maske runter ja dann lasse ich die Hosen runter höre ich ja also dieser Mensch hat nicht vor dir jetzt gerade davon zu erzählen was er da sich eigentlich mit dir vorstellen kann was für Tendenzen haben wir hier auf die beiden schwierige Situation die haben eine schwierige Situation die liebenden auch spannend steht für die Twin Flame Energie das hier finde ich gerade sehr sehr spannend dass auf beide Personen eine Seelenpartnerkarte gefallen ist das hier sind Soulmates ja die haben einander lieb da passt es da weiß man wir sind auf einer Wellenlänge die beiden die haben einen Seelenauftrag miteinander die sind im Leben des anderen um zu lernen und das kann hier der Fall sein dass sie quasi eine Lernpartnerin für ihn ist dass sie seine Punkte triggert und er ihre und Twin Flames haben es ganz schwer voneinander loszukommen deswegen auch dieses On Off heiß, kalt, ja, nein wir sind zusammen, wir sind getrennt ja hier sehe ich heute in dieser Legung eine Lernpartnerin er stellt sich sein Leben seine Gefühlswelt so wie er leben möchte er mit dir vor du bist kompatibler sagt er ihr habt vielleicht die gleichen Interessen ihr habt die gleiche sexuelle Anziehungskraft im Bett ihr habt die gleichen Vorlieben ihr habt den gleichen Geschmack ihr habt den gleichen Stil den gleichen Style ihr mögt die gleichen Autos also die gleiche Musik hier ist er so wir sind auf einer Wellenlänge und zu dieser Person zieht es ihn weil hier eine ganz starke Anziehungskraft herrscht magnetisch wie Feuer das brennt aber kipp mal einen Tropfen Öl ins Feuer boom hier explodiert es regelmäßig sie sind nicht kompatibel jemand sieht eine Zukunft mit dir das kommt mir ganz stark rein wenn ihr zwei Puzzleteile wärt ihr würdet zusammen passen hier denkt er oft er passt zu ihr vielleicht ist es auch so ein ich muss zu ihr passen schade wegen dem Schreibtisch den wir hier gerade hatten ja wegen meinem Ruf wegen meiner Umwelt wegen 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 aber im Endeffekt passen sie nicht er hat sich zum Beispiel er ist zum Beispiel ein sehr gut betuchter Mann einen tollen Background in der Familie und dann sagt er sich ich will eine Lehrerin an meiner Seite das kommt gut für die Gesellschaft meine Eltern sind dann stolz auf mich bla bla holt er sich die Lehrerin die ist dann auch da und dann merkt er aber verdammt das was mir wirklich vom Herzen in meiner Seele wichtig ist kann mir diese Frau nicht geben die sieht gut aus neben mir die ist toll für meinen Ruf und alles die macht sich gut im Bild aber die kann mir nicht geben was ich eigentlich brauche das kann sie mir geben du das ist die Energie die ich heute weitergeben soll schaut wie in Resonanz geht es kann auch sein dass die Seiten hier vertauscht sind selten der Fall kann aber ich habe aber hier heute diese Energie ich hätte jetzt gerne hier nochmal von meinem Deck verborgenen Antworten 2 so wunderschönen Stack nochmal hier eine Energie und da eine Energie auf dich hätte ich jetzt gerne eine aktuelle Energie er ist ein Opfer da war das Opfer ein Mann in zerrissener Hose der ist echt ein Opfer aber er hat sich selbst der ganzen Situation hingegeben er muss auch rauskommen aus dieser Opferrolle er hat sich das eingebrockt wenn sein Ego ihm wichtiger ist als sein Herz bitteschön genau da liegt nämlich der Lernauftrag er darf lernen dass sein Ego sein Rufen die Gesellschaft nicht alles ist die Karte ist auf dich gefallen ist eine Limited Edition Karte die letzte jetzt hier mit dem Manipulator ist übrigens schon längst ausverkauft das ging sehr sehr flott diesmal Geschenk da sind wir wieder beim Thema alles was ich will bist du ich will alles ich will dich wir beide wir matchen wir sind wie zwei Puzzleteile mit dir will ich glücklich sein ich will deine Lippen küssen ich will deine Haare riechen ich will dich ich will dich ich will dich so sehr nur höre ich noch viel mehr auf meinen Kopf auf mein Ego und bin nun deshalb nicht bei dir und bin nur deshalb bei ihr und lebe nur deshalb ein Leben was mich eigentlich gar nicht glücklich macht in meinem Herzen weiß ich dass ich dich will in meinem Herzen weiß ich dass du meine Endstation bist wärst sehr schwere Energie da kamen mir gerade fast die Tränen diesen Menschen ist bewusst was ich gerade gesagt habe es ist ihm bewusst er weiß das ganz bewusst wenn er morgens aufwacht und wenn er abends schlafen geht er weiß dass ihr beide eigentlich zusammen gehört und er weiß dass er dort am falschen Fleck ist das zu ändern fällt ihm schwer denn er ist ein König der Schwerter er hört auf seinen Kopf er sagt meine Rüstung und wie sie glänzt und was die Leute darüber denken was ich für ein Schwert in der Hand halte das ist mir wichtiger als die Gefühle ein Mann muss wirken ihm ist der Kopf wichtiger als das Herz sie eine Energie auf sie Angst Zweifel Angst und Zweifel Angst vor Verlust Angst vor Verlust Verlust seines Rufs Angst davor wie ein kleiner Junge dass die Leute sagen guck dir mal den an der trägt ja gar keine Rüstung ist ja gar kein richtiger König Angst davor was sagen die Leute wenn sie weg ist was ist wenn er nicht mehr dieses Scheinleben führt dieses Doppelleben davor hat er Angst Angst denn dieser Verlust gilt auch der Anerkennung Verlust vor Geld mit ihr ist auch Geld gekoppelt wie gesagt vielleicht haben sie eine Firma vielleicht hat er Verträge eine Ehe eine Scheidung kostet Geld ja jemand hat Angst vor Verlust jemand hat Angst sein Nest mit dieser Dame hier zu verlassen deswegen kehrt er immer wieder zu ihr zurück er hat immer wieder die Tendenz dass er sie verlassen will auch emotional distanziert er sich von ihr aber letztendlich kehrten sie wieder zueinander zurück er hat Angst vor Verlust Angst vor Zurückweisung der Gesellschaft Angst jemanden zu enttäuschen der hat Angst vielleicht ist sie auch eine sehr dominante Person jemand der sie der ihn so infiltriert ja vielleicht droht sie ihm auch er hat Angst soll ich dir sagen diese diese Beziehung hier zu verlassen und deswegen scheißt er auf sein Herz und das auf das was er für dich fühlt und bleibt hier das ist die Energie die mir reinkommt und wir haben es 29 29 bei mir auf dem Videotimer und genau so lassen wir es stehen meine Lieben abonniert den Kanal und zeigt vor allen Dingen dass ihr heute in Resonanz gegangen seid in dieser extremen Legung wenn du dich hier auf der linken Seite heute gesehen hast und sagst ja Sunny dann Video liken und von mir aus gerne mal hier diesen kleinen Geschenkemoji kommentieren damit ich Bescheid weiß und damit das Universum Bescheid weiß ja ich bin morgen wieder für euch da meine Lieben wenn ihr eine private Legung braucht auch das gerne lovelysun.de das ist meine Website da könnt ihr die einfach buchen und ich hoffe ich konnte euch eine Freude machen mit dieser Energie mit diesem kleinen Blick in die aktuelle Energie ich drücke euch ich hab euch lieb bis morgen und niemals vergessen always smile and shine � gwärts wenigstens dann dass offen